An einem frühen Morgen, lange vor Morgengrauen, wurde ich geweckt durch ein Pfeifen und ging zum Felser. Auf meinem Kirschbaum, der Umberung füllte den Garten, saß ein junger Mann mit gepflegter Hose und fügte lustig bei den Kirschen. Mich sehend, nickte mir zu, mit beiden Händen holte die Kirschen aus den Zweigen in seine Taschen. Noch eine ganze Zeit lang, als ich wieder in meiner Bettstadt lag, hört ich Inselus' kleines Lied verheifen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!